Ihr liebt ja auch alle Filme wie Ocean's Eleven, so Heistfilme, die so richtig genial sind und man sich zwischendurch denkt, Mensch, da wäre ich ja nie draufgekommen, das ist ja genial inszeniert. So einen Film schaue ich ja immer wieder gerne und dann noch mit richtig guter Action, mit richtig guten Effekten, mit richtig gutem CGI und mit richtig tollen Darstellern. Achso, ja dann solltet, wenn ihr das mögt, dann solltet ihr Lift lieber nicht gucken. Ja, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, was man über den Film sagen müsste, könnte, sollte. Ich habe mir seit langem gedacht, jetzt schaust du mal wieder einen Film, der sich ein bisschen leicht verdaut. Wenn ihr was Schwerverdauliches haben wollt, dann könnte ich ja Tune schauen. Oh je, das gibt mir der Ärger, Moment. Ah, ist halt so. Was ist das Problem von Lift? Und ich bleibe nicht so wirklich spoilerfrei, aber es ist bei dem Film relativ egal. Die Anfangshandlung geht ja noch. Gott, man merkt schon, sie wollen ein bisschen arg hyperhip sein. Sie machen irgendwas mit NFTs und jeder normale Mensch fragt sich, wie kann man NFTs klauen? Sie kriegen dann da irgendwie noch den Rappel, wie das einigermaßen logisch im Rahmen ihrer Möglichkeiten in dem Film dann durchgezogen wird. Aber spätestens an dem Punkt, wo sie beschließen, dass eine große Menge Goldbarren am besten in einem Flugzeug zu klauen ist. Spätestens an dem Punkt, da sagt der Goldfinger in mir, no Mr. Bond, never ever. Aber auch das wäre nicht wirklich so schlimm. Auch die ganze Geschichte, wie sie mit zwei Flugzeugen, also quasi in zehn Minuten vom, nein das war ein anderer Schwachsinn mit den zehn Minuten vom Hauptbahnhof bis zum Flughafen, aber ist relativ artverwandt. Also jedenfalls, wie sie zwei Flugzeuge hintereinander durch Transponderwechsel und hin und her und Gold und, ach, don't get me started. Und das wäre gar nicht mal so schlimm. Genau, ich mag manchmal bescheuerte Handlungen. Also ich kann sehr viel ertragen, das ist unglaublich. Nur, wo ich dann richtig körperlich sauer wäre, ist wenn man mir diese bescheuerte Handlung kredenzt, eingebettet in Effekte, die ich auf meinem C64 schon besser gesehen hätte. In dem Moment, wo der Film switcht zu den Flugszenen, da hat er für mich die Qualität eines schlechten Computerspiels. Also ich habe ja keine Ahnung, von was ich rede, gell, aber diese Flugsimulatoren heute sind teilweise besser als das, was ihr da seht. Und es ist nicht unbedingt allein das Visuelle, aber allein das Breckerl Physik, das Breckerl Alltagsphysik, was wir alle drauf haben, bricht diesen Film an jeder Ecke. Also nicht mal, dass es unwahrscheinlich ist, aber jetzt rein hypothetisch gesprochen, wenn ihr ein Flugzeug irgendwo auf einer Eisbahn landen wolltet und es gibt ein bisschen eher Desaster, dann hat man so eine gewisse Vorstellung, was unrealistisch, was einfach, was nicht passt, was animatorisch bescheuert ist. Billig, hingerotzt und schlecht und genau das seht ihr in diesem Film. In dem Moment, wo sie ins Flugzeug steigen, hocken sie wahrscheinlich im Studio und wie heißt es im Schuh des Manitou, der Regisseur verschwand dann, also frei nach dem Schuh des Manitou, zum Nasebohren und Eierschaukeln. Und der CGI-Mensch auch, weil das ist einfach nur furchtbar anzuschauen und es wird dann auch nicht besser. Und dann versuchen sie halt am Ende noch einen relativ cleveren Spin dem Ganzen zu geben. Ja, gesponnen haben sie schon ein Breckerl. Also der Film ist halt eigentlich genau das, was ich mit verschwendeter Lebenszeit gleichsetzen würde. Ich hoffe, es gibt noch ein paar andere Filme, die in letzter Zeit rauskamen. Aber der Film ist so ein Humbug auf jeder Ebene. Der ist halt in keiner gut. Also gut, mit Kevin Hart kann man noch irgendwie klarkommen und mit den Leuten, die da teilweise so rumrennen. Die Grundhandlung ist bescheuert. Die Effekte sind bescheuert. Zwischendurch wird es dann noch ein bisschen mehr bescheuerter, weil so ein Film, der eigentlich schon mit sehr viel grundgenerischen Storys arbeitet, wenn er dann natürlich auch genau generisch an diesen Folgen, also an diesen Geschichten dann kollabiert, diese Geschichte mit dem Transponder in dem Flugzeug und wie es dann beinahe schief geht, da habe ich ja schon körperliche Schmerzen. Und dann diese Szene, wo der Flugcontroller da, weil das größte Problem, ihr habt jetzt, ihr braucht die Firma nicht gucken. Aber wenn ihr euch das mal vorstellt, jetzt aus unserer Alltagserfahrung, ihr habt ein Flugzeug und dann ein zweites. Und jetzt ist man so clever, das ist so diese Grundcleverness, die manche Leute haben, dass man diesen Heist so inszeniert, dass beide Flugzeuge den Transponder-Code wechseln. Ich glaube, das war jetzt schon verwirrender als der ganze Film. Also die wechseln den Transponder-Code. Und weil man das ja nicht kann, diese quasi instantan umschalten von A nach B, gibt es einen Moment, wo beide Transponder-Codes dann von der Flugsicherung angezeigt werden. Beide. Ihr könnt eins, zwei, wenn ihr so weit zählen könnt, seid ihr intellektuell mit diesem Film schon beinahe nicht überfordert. Also jedenfalls, weil dieses das Problem ist, hat man eine eigene Sequenz reingemacht, dass sie mit dem zuständigen Fluglotsen dann vorher Deal machen müssen. Und der Fluglotse, der hat natürlich dann auch ein Problem, weil es tritt dann auf. Und das Einzige, was ihm dann einfällt, ist, dass er als Rollstuhlfahrer hier benachteiligt wird. Irgendso ein Quatsch. Also damit fängt ja dann ein Streit an. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, ist das... Also ihr habt alles... Die Story baut sich wirklich so auf, dass wir Gold in ein Flugzeug laden. Und die Einzige Möglichkeit, an das Gold zu kommen, ist eben mit dem anderen Flugzeug, das dann zu tauschen nimmt. Und dann ist das Hauptproblem diese Transponder-Geschichte, dass der eine gewisse Zeit dann doppelt angezeigt wird. Ach Leute. Komm, jetzt schauen wir alle mal noch eine Runde Goldfinger. Eigentlich könnte ich über den noch ein Video machen, weil der hat eigentlich im Prinzip auch ein Problem. Aber ein Problem, muss ich sagen, also von den Leveln her, Realismus, machen wir das mal so. Goldfinger, falsch, falsche Größe. Goldfinger, Lift. Und wenn ihr wisst, um was es in Goldfinger geht, dass der Herr Goldfinger, also Gerd Fröbe, im Original Geld verdienen will damit, dass er die Goldvorräte der amerikanischen Zentral, also von Fort Knox halt, radioaktiv machen möchte. Und dadurch, dass es radioaktiv wird, kriegt eben dann sein Gold einen höheren Wert. Wenn ich das mit einem Realismus von hier bezeichne, und Lift hier mit einem Realismus, ihr versteht auch, was ich raus will. Ach, ich habe mich nicht. Warum, warum, warum? Ich muss wieder ein paar alte Filme gucken. Deshalb sage ich, warum ich tiro-luge. Woh, warum, 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 warum. Weil, warum, warum?